So, willkommen zur Runde Unimusha hier am Start. Ich habe das, keine cabinten. Ich habe das, was ich zum Schluss wiederholen war. So, ich habe das, was ich zum Schluss wiederholen. Was? Simonosuke, ein Monster kommt! Schau mal! Schau mal! Ich wusste, dass Sie kommen. Sie sind so beeinflusst für ein Mensch. Aber Sie sind bald. Unsere Ceremonie hat angefangen. Yumemaru wird in fronte der Princesse Yuki. Nein! Princesse Yuki hat die Yumemaru. Wenn er ein Sacrifice in fronte von ihr, ihr Sorrow wird peak, damit sie die Blut der Zwiebeln die größte und stärkste. Unser Herr Nobunaga hat mehr Kraft als er es trinkt. Das ist warum Sie sie genommen haben? Sie wirst du für das. Jetzt, meine Lieblings, konsumt diesen Menschen dort auf einmal! Katja, die Blut der Zwiebeln der Zwiebeln nicht grünen. Sie liegt unterbinden. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. I don't know. Das war's für heute. 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 bump, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey, up, we're cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017